Hervorragende Teilequalität, Prints in Hülle und Fülle und eine wahnsinnige Liebe zum Detail und zur Originalvorlage? Bei diesem Set kombiniert Pantasy tatsächlich noch besser als der Meisterdetektiv persönlich. Herzlich willkommen, mein Name ist Laszlo und wir blicken auf die 86218 von Pantasy, die 221B Baker Street, das Apartment von Sherlock Holmes, als kleines Diorama. 983 Teile, rund 80 Euro im deutschen Handel, auf der Pantasy Amazon-Seite in Kürze auch freigeschaltet. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Pantasy hat mir dieses Set kostenlos zur Verfügung gestellt für das Review. Das heißt trotzdem natürlich, dass die Meinung meine eigene ist. In diesem Fall ist es allerdings eine äußerst begeisterte Meinung. Und das Schöne am Videoformat ist, ihr könnt euch selber ein Bild machen. Wir werden in allen Details reingehen in das Set und dann könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr meine Meinung teilt oder eben nicht. Vorher, wie immer, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Abo da. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr in Zukunft immer mit von der Partie seid. Ich würde sagen, wir schieben das Diorama mal ein bisschen zur Seite und schaffen Platz für die Box. Das erinnert ein wenig im Design in seiner Schlichtheit an die 18 Plus Sets von Lego. Heißt natürlich auch, nicht jeder wird es mögen. Ich persönlich finde es durchaus gelungen. Gefällt mir aber auch bei den 18 Plus Sets eben. Der Fokus hier aufs Wesentliche gerichtet. Wir sehen auch schon hier einen ersten Hinweis darauf, welche Liebe zum Detail in diesem Set steckt. Arthur Conan Doyle, der Schriftsteller hinter Sherlock Holmes und eben unsere Hauptfigur. Und auf der Rückseite dann die Räumlichkeiten des Dioramas einmal in der Nahaufnahme. Sowie die Figuren, die wir uns gleich selbstverständlich nochmal aus der Nähe ansehen werden. Im Inneren 23 Tütchen. Wie immer, Plastik natürlich, klar, das ist nicht so besonders toll und nachhaltig. Aber nichts, was wir nicht gewohnt wären in der Klemmbausteinwelt. Und tatsächlich, Pantasy bedruckt diese Tütchen. Das machen sie also hübscher als eigentlich fast alle anderen Hersteller, würde ich sagen. Beispielsweise Kobe ist da ja sehr schlicht unterwegs. Aber auch Lego gibt sich nicht wirklich mehr Mühe mit den Tütchen. Insofern auch schon mal eine nette Sache. Apropos bedrucken. Der Teile-Trenner ist selbstverständlich auch mit Pantasy-Logo bedruckt. Und das ist ein deutlicher Fingerzeig, im wahrsten Sinne des Wortes, in Richtung Dänemark. Was man so alles mit Prints anstellen kann. Damit werfen wir einen Blick in die Anleitung. Und da sehen wir einmal, dass das Design hier nicht etwa dem Corporate Design von Pantasy unterliegt, sondern dem Thema des Sets folgt. Das würde man sich doch bei manch anderem Hersteller auch mal wünschen. Dass die Anleitungen nicht immer so lieblos gemacht sind, sondern schon vom Umschlag angefangen Freude machen. Im Inneren geht das weiter. Hohe Liebe zum Detail. Ein kleines Vorwort, das uns noch mal in Erinnerung ruft, dass dieses Apartment natürlich der zentrale Handlungsort der Detektivgeschichten um Sherlock Holmes ist. Wir sehen Steckbriefe über Sherlock Holmes und Dr. Watson, aber auch Miss Hudson und James Moriarty sind hier noch mal vorgestellt kurz. Das ist ja exakt das, was ich mir in den Ninjago City Markets zum Beispiel noch gewünscht hätte. Kleine Steckbriefe der Figuren, um das Ganze mit Leben zu füllen und einem das Gefühl zu geben, man hält wirklich was Besonderes in der Hand. Und das geht hier weiter. Schaut euch das an. Wir sehen hier noch mal das Diorama im Detail mit Erläuterungen, die Küche, in der Sherlock Holmes seine Experimente durchführt. Wir sehen das Wohnzimmer mit den Sesseln auf dem Boden, das The Strand Magazine, sage ich gleich noch mal was zu. Und eben auch überall Briefe und weitere Details, die hier herumliegen und erläutert sind. Finde ich sehr nett. Dazu kommt dann die technische Seite. Auch hier ein sehr witziger Hinweis. Wenn ihr Teile vermisst, calm down, beruhigt euch erstmal. Meistens sind sie irgendwo in einer Ecke der Tüte einfach versteckt und hängen geblieben. Und wenn dann doch mal was komplett fehlt, dann einfach den Customer Service kontaktieren. Wunderbar. Der Teile-Trenner erläutert. Und dann geht es ins Set. Wie schon erwähnt, 23 Tütchen, 6 Bauabschnitte. Und ihr seht das, die Bauschritte. Immer so zwei Stück auf einer Seite. Das erinnert uns doch sehr an die Anleitungen von Lego. Vom Schwierigkeitsgrad her wunderbar eigentlich. Fünf Teile pro Bauschritt in 183 Bauschritten bauen wir dieses Set auf. Besonders hervorzuheben hier noch mal vielleicht die Bücherregale mit der Snot Bautechnik. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Allerdings muss man da auch ein bisschen auf die Farben achtgeben. Das ist wichtig, dass ihr da nicht durcheinander kommt und hinterher irgendwie eine 1x2 Plate in der falschen Farbe übrig habt. Und damit würde ich sagen, wunderbare Anleitung, gar keine Fragen. Offen hier, Bauerlebnis, Stunde, zwei, wenn man es sehr entspannt baut und sich auch die Details ab und zu mal zu Gemüte führt. Und damit blicken wir auf die Figuren, würde ich sagen. Und da sehen wir zunächst natürlich Sherlock Holmes, wie er leibt und lebt, mit Lupe in der Hand. Dazu Dr. Watson, komplett mit G-Stock. Er hat ja im Krieg eine Verletzung erlitten und hinkt deswegen. Wir sehen Mrs. Hudson in typischer Haushälterinnen-Tracht des 19. Jahrhunderts, würde ich mal sagen. Die Vermieterin, komplett mit Teekanne und den Erzfeind von Sherlock Holmes. Zumindest in den Filmen ja häufig so dargestellt. In den Büchern ist er ja nur in einer Geschichte, glaube ich, wirklich aktiv. In den anderen wird er nur erwähnt, hier und da mal, aber sehr selten. Und der ist hier auch dabei. Bemerkenswert an den Figuren zunächst mal, dass sie sehr beweglich sind. Die Arme lassen sich in verschiedene Richtungen abspreizen. Auch der Torso ist in sich ein bisschen eindrehbar. Das sehen wir bei James Moriarty hier. Habe ich den so ein bisschen eingedreht. Und selbst den Kopf, wenn ihr den nicht komplett runterdrückt, wie ich es jetzt gemacht habe, könntet ihr ihn auch wackeln lassen sozusagen. Der sitzt auf einem Kugel-Element, könnt ihr ihn in verschiedenen Richtungen ausrichten. Die Figuren gefallen mir extrem gut. Und sie sehen aus wie auf der Packung. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Coco zum Beispiel. Und für mich sind das mit die gelungensten Minifiguren im Klemmbaustein-Universum. Die machen sich auch neben zum Beispiel den Figuren von Lego durchaus gut. Und man könnte sie so in die Klemmbaustein-Stadt stellen, meiner Meinung nach. Bemerkenswert auch, der Print auf der Beinrückseite von Sherlock Holmes. Und negativ vielleicht noch anzumerken, die Prints von Mrs. Hudson, das ist das Weiß auf dem Lila. Das gelingt Pantasy ähnlich wie Lego nur so halb. Das ist ein bisschen schmutziges Weiß hier. Und auch das Braun der Jacke, die auf der Hose gedruckt ist von Sherlock Holmes. Das ist ein leicht anderer Farbton als das Braun, das gegossen wurde oben im Torso. Also hier ganz ähnliche Themen wie auch beim Marktführer aus Dänemark. Und dann würde ich sagen, schauen wir ins Set. Und da zunächst mal auf die Violine. Die fliegt hier sonst rum und ich vergesse ihn nachher. Kann sie nur irgendwo aufnoppen. Deswegen jetzt schon mal vorweg. Sherlock Holmes spielt ja ganz gerne auf der Geige während seiner Fälle, um sich abzulenken. Die Größe hier für die Minifigur ist wahrscheinlich eher so die Größe eines Cellos. Aber sehr cool, dass es dabei ist. Das Highlight des Sets ist das Set, das Apartment, in all seinen Details. Wunderbare Steinequalität, überhaupt keine Probleme. Eine der vermutlich besten Steinequalitäten bei den alternativen Herstellern. Die Rückseite kurz gezeigt. Ist jetzt nicht das, was man in den Fokus rückt, glaube ich, bei diesem Set. Aber nett, dass sie auch außerhalb für ein wenig Gestaltung gesorgt haben. Und es nicht, wie zum Beispiel Lego beim Tempeldiorama, einfach hinten runter haben fallen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir drei Elemente, die wir bauen. Die Küche, die angesteckt wird mit Pins. Und hier mit Hingeplates dann der Teil des Wohnzimmers, in dem die Schreibmaschine etc. stehen. Vom Grundsatz her, von den verwendeten Bautechniken, vom Detailgrad, ist das ihr definitiv ein Set. Wenn ich so einen neuen Set-Designer im Unternehmen hätte, egal bei welchem Unternehmen, würde ich so ein Set erstmal hinstellen und sagen, hier, schau dir das gut an. Das sind die Techniken, die ich von dir sehen will. Das sind die Ideen, die Liebe zum Detail, die ich haben will von einem Set-Designer. Das ist sicherlich einer der Maßstäbe, was zumindest Apartments und ihre Innengestaltung angeht, würde ich mal sagen. Schauen wir im Einzelnen drauf. Die Küche, die können wir abnehmen hier mit den Pins. Weicht farblich logischerweise ein wenig ab vom Rest des Sets. Und da sehen wir hier, mir gefallen zunächst mal diese Vorhänge sehr gut mit den Wedgeplates. Genial, die Küchenzeile mit bedruckten T-Dosen. Alles, was ihr seht, ist bedruckt. Es gibt keine Sticker in diesem Set. Ich werde das auf meinem Instagram-Account mal vergleichen mit den bedruckten Teilen der Ninjago City Markets. Einem Set mit 6.000 noch was teilen. Und dann können wir mal vergleichen, wie viele bedruckte Teile sind in einem 6.000-Teile-Set von Lego für 400 Euro. Und wie viele bedruckte Teile sind hier in einem 1.000-Teile-Set von Pantasy. Da werden wir einen Unterschied sehen, würde ich sagen. Das ist richtig cool. Die Zeitungen, die Briefumschläge, alles bedruckt. Wir haben den Tisch vorne drin mit diesen Pokalen unten als Tischbein. und dazu oben so eine Mischung aus Essen und beschämlichen Experimenten. Mikroskop, Brickbild, sehr cool. Die Stühle, auch hier, mit runder Sitzfläche leider. Da kann man die Figur nicht so gut drauf aufnoppen. Das kennen wir von Kogo ja schon, das Thema. Und dann die Küchenzeile komplett mit Schränken und Schubladen, die man auch öffnen kann. Gefällt mir sehr, sehr gut. Boden komplett gefließt. Und die Fliesenqualität ist tadellos. Leider, muss man sagen, denn gerade hier bei dem Parkettboden wäre es natürlich fast schon cool gewesen. Man hätte ein paar Farbabweichungen drin. Aber da müssen wir leider drauf verzichten. Lego hat sicherlich die besten Fliesen am Markt. Das ist unbestritten, glaube ich. Aber Pantasy ist sehr nah dran. Das ist nicht so richtig stumpf oder sowas. Das passt gut von der Qualität. Fällt nicht negativ raus. Definitiv nicht. Und gefiel mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, die eine oder andere Farbabweichung wäre hier vielleicht gar nicht mal schlecht gewesen. Das Apartment selbst, beziehungsweise das Wohnzimmer dann. Natürlich die beiden Sessel, in denen unsere Helden sitzen und die Felle im Kopf gedanklich wälzen und diskutieren. Der Notenständer sicherlich ein kleines Highlight hier von der Bautechnik. Sehr, sehr nett. Hoppla. Schachbrett, bedrucktes Telefon selbstverständlich, Hutständer. Und hinten die auch baulichen Highlights für mich. Die Bücherregale, bei denen man, wie gesagt, sehr aufpassen muss auf die Farben. Eins nehme ich mal raus. Kurz Snot-Technik hier. Die Tür, sieht man vielleicht, ist sehr betatscht von mir, aber kratzerfrei. Und sehr schön auch hier Metallic Gold wird verwendet. Und das nicht zu knapp. Auch hier im Teppich, in der Umrandung ist es vorhanden. Das passt, würde ich sagen. Ansonsten, was Details angeht, das Trend-Magazin ist ja sehr wichtig in der Sherlock-Holmes-Welt. Insofern, als dass das Trend das Magazin war, in dem die Sherlock-Holmes-Geschichten veröffentlicht wurden. Und ohne dieses Magazin hätten wir einige der bekanntesten Geschichten überhaupt nicht. Denn Arthur Conan Doyle war irgendwann so geschafft, von dem ständigen Detektiv-Geschichten ausdenken, dass er mal was anderes machen wollte. Und hat dann entschieden, okay, ich werde Sherlock Holmes los und bringe ihn um die Ecke. Und ich glaube, in das letzte Problem, ich meine ja, hat er dann Sherlock Holmes gemeinsam mit James Moriarty die Reichenbach-Fälle bzw. den Reichenbach-Fall in der Schweiz hinunterstürzen lassen. Und das war dann vorerst das Ende dieses Meisterdetektivs. Tatsächlich, dann hat das Trend-Magazin gesagt, hey, du kannst uns doch jetzt nicht hier allein lassen. Wir müssen Geschichten veröffentlichen, wir wollen Magazine verkaufen. Und man hat ihn dann unter anderem finanziell, glaube ich, überzeugt, doch nochmal zur Feder zu greifen und sich neue Geschichten auszudenken. Und gleich die erste davon war der Hund der Baskervils, also die bekannteste vielleicht der Sherlock-Holmes-Geschichten, der bekannteste Sherlock-Holmes-Roman. Jo, genau. Also das nun mal so als Exkurs. Ansonsten überall diese Briefe, Zeitungen. Hier guckt auch ein Buch raus, mit einer Plate-Modified gebaut. Das ist sehr nett als Detail. Und dann hier in diesem Bereich haben wir einmal die Schreibmaschine, an der Dr. Watson die Fälle des Detektiv-Duos festhält. Er ist ja der Ich-Erzähler der Geschichten. Ein Sofa, hier die Lampe, auch mit Metallic-Gold. Und Irene Adler haben wir hier auf einer Fließe. Sie ja eine der Ganovinen, denen Sherlock Holmes sehr früh in seiner Karriere auf die Schliche kommt. Allerdings entkommt sie ihm, bevor er sie festsetzen kann. Und alles, was von ihr zurückbleibt, ist eine Fotografie, die er behält. Und auch wenn es nie wirklich gesagt wird in den Romanen explizit oder in den Novellen, ist das so ein bisschen seine große Liebe, wenn man so möchte. Schön, dass auch sie hier Eingang gefunden hat in dieses Set. Noch ein Highlight, das Hirschgeweih natürlich mit Kopfhörern. Witziger kleiner Anachronismus innerhalb dieses Apartments. Sehr schön. Sogar die Flaschen übrigens hier, Whisky bedruckt im Regal. Also alles bedruckt. Wirklich toll. Sehr beeindruckend vom Detailgrad. Es macht einen wahnsinnigen Spaß, wie ihr euch vorstellen könnt, im Bau. Das hat echt Freude bereitet. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen Freude bereitet. Und ihr könnt das auch so ein bisschen nachvollziehen, warum ich so begeistert bin von Pantasy. Und vor allen Dingen auch nachvollziehen, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich eben dieses Set kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das führt uns natürlich zum Kostenpunkt. Und um die 80 Euro müsst ihr aktuell einplanen, um es sicher zu haben, sozusagen. Auf der Amazon-Seite von Pantasy wird es sicherlich Rabatte und entsprechende Coupons geben, um das Ganze auch nochmal zu drücken im Preis. Aber man muss natürlich schon sagen, Teile preismäßig klingt das erstmal sehr gut. Knapp 1000 Teile, 80 Euro ist im Rahmen. Aber wir haben selbstverständlich auch sehr, sehr viele einmal zwei Teile hier drin, einmal eins Teile. Das relativiert das Ganze selbstverständlich rein vom Teilepreis für diejenigen, die es interessiert. Und umgekehrt eine irrsinnige Zahl an Prints. Ich habe es nicht gezählt, ich werde es noch tun. Wie gesagt, checkt mal Instagram, da wird es dann zu sehen sein. Das ist echt der Hammer. Der Bauspaß, wie gesagt, eine Stunde bis zwei Stunden vielleicht, das macht schon Freude. Aber selbstverständlich sind gerade 80 Euro, für die ihr es regulär im Handel bekommt, eine Spur zu hoch. Für meinen Geschmack, mit Rabatten wird das Ganze dann deutlich erträglicher. Und wenn wir das vergleichen mit den Dioramen, die es so von anderen Herstellern gibt, Zwinker, Zwinker, dann brauchen wir nicht darüber reden, dass das sicherlich ein völlig akzeptabler Preis ist im Vergleich, wenn man diesen Maßstab eben sehen möchte. Ansonsten definitiv eine Kaufempfehlung für mich. Vor allen Dingen für Fans von Sherlock Holmes natürlich, klar. Aber im Grunde wird hier auch jeder dran Freude haben, der irgendwie Freude hat, Details zu bauen, neue Sachen zu entdecken, sich einfach zu erfreuen an Qualität. Muss man wirklich sagen, auch die Prints, selbst auf den Flaschen, das haut einen echt um zum Teil, was hier drin ist. Und das macht echt Freude und große Lust auf mehr. Geht es euch auch so? Dann lasst mir gerne ein Abo da und wir werden sehen, wo uns die Reise gemeinsam hinführt. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich wünsche euch in jedem Fall mal eine wunderbare Woche und bleibt gute Menschen.